Ba 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 Hallo meine Lieben und Willkommen zu einer neuen Episode von The Division mit der one and only Zockerrübe. Oh Mann, ich drehe mich immer falsch. Hallo. Na ihr Lieben. Geht hier direkt weiter. Jawohl, wir haben hier einen Cut gerade gemacht, weil wir dachten, wenn wir jetzt hier reingehen, dann haben wir bestimmt einiges an Schizzo am Start. Ja, genau. Was war das denn da hinten? Müssen wir hier weiter hoch oder müssen wir hier rein? Hier reingeht es nicht. Wir müssen weiter hoch, glaube ich. Verwirrung. Oh, hier steht ein Mann mit Axt. Ein nackter Mann mit Axt. Ein nackter Mann mit Axt. Jo, und da sind sie auch schon, die Jungs. Oh Gott, ich bin ja... Oh, stimmt. Äh, geh mal in Deckung. Ja, wo kommen sie denn her? Ach, da hinten sind sie. Oh, ich meine, das Nachladen, das vergesse ich echt immer wie so ein Kackofacko. Oh, ups. Na, schön. Hab ich gut gemacht, ne? Danke. Setzen wir mal irgendeine Teilungsköcher schön. Steht ohne Deckung, zwei gegen ein, Milch kriegt ihr nie. Ist klar, nö. Da kommen noch welche. Oh, holy. Okay. Dann machen wir mal hier. Nein, wo hab ich das denn jetzt abgelegt? Ne, jetzt kann ich gleich wieder platzen lassen. Ich wille, bitte vertrejen, sie mich. Leidig, ist mi Schummer. Ich kümmere mich drum. Frennt sie aus der Deckung. Rüber, die auf der Neue. Sturz. Keiner von euch kriegt mich. Warnung. Weitere Feinde unterwegs. Burg. Stopp den Maul. Da ist er. Oh Gott, der hängt ja hier. Oh, join your friends. Okay, sehr geil. Eine Bedrohung ist da noch. Echt? Ich war sicher, dass ich so helfen würde wie die anderen. Oh Gott, der Arme. Hinten liegt noch was rum. Munition. Warte mal, ich habe doch da vorhin ein paar blaue Sachen gesehen. Wo waren die denn? Oder bin ich jetzt blind auf dem... Hä? Wieso ist denn hier immer noch das... Okay, wir müssen da hinten lang, alles klar. Ah, hier nicht vorhin ein paar blaue Striche. Weiß ich nicht. Also für mich nicht. Was haben wir denn hier für einen Serverraum? Okay. VIP Access. Wo ist es? Also die Treppe wieder hoch, ne? Genau. Ach, warte mal eben. Muss ich denn nicht auch noch da die Geiseln anquatschen? Warte. Oder hast du das jetzt erledigt für uns beide? Ja, ich glaube, das erledigt immer einer für beide. Okay. Gut. Dann würde ich auch mal... In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Okay, hier ist ein Echo. Das Treppchen hoch. Oh, voll vor der Wand gerannt. Plötz. Nur ein kleines wirft die Axt auf das Schweinenspiel. Wie wär's mit 10 Punkten, wenn du den Arm triffst? Wow. Fünf für die Hand. Wie wär's? 20 für den Kuss? 30? Händ davon ab, wie tief sie eindringt. Okay. Alles in Versuchung. Wer den anderen unter den Tisch surft, lebt. Ist doch ein guter Deal. Für einen von euch. Es ist ganz einfach. Nur ein kleiner Wettkampf unter Freuden. Kleines Trinkspiel gemacht, oder was? Hm. Hat Klavier gespielt. Hat Klavier gespielt. Der über die Toten liegt auf Wacht. Verdammt. Wie heißt der Scheiß? Du warst schon nicht kimpft, ich bin zu überleben. Ich kann nicht mal Klavier spielen. Ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Ich berücksichtige, dass du immer mehr vertragen hast. Jede Papst oder sich quasi... Moment, Moment. Ich glaube, wir sollten die nicht alle gleichzeitig aktivieren. Dann drehen die alle durcheinander. Jo. Jetzt kommt auch noch Musik. Oh ja, ich spüre, wie es sich anfühlt. Ich verlasse mich. Na komm, dich lieblich. Weg den Scheiß. Los. Also hier in der Küche ist auch noch was. Ja. 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 Okay, hier komm ich nicht rum. Hey Boss. Sieht aus, als wollte sich der Bulle schlachten lassen. Bekommen wir doch noch einen schönen Weihnachtsbraten? Also. Die Sache beim Schinken ist, man muss nur wissen, wo man zuerst abschneidet. Nein, 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 nein. Warte. Aua. Bah, nee, haben die da den, den, äh, den Typen hier beraten? Wir können hier durch den Aufzug wieder weg. Hier ist noch eine Munitionskiste, ich weiß nicht, ob ich schon gesehen hast. Hm, ja. Habe ich, ähm, ja. Dann können wir mit dem Aufzug. Bist du drin, ja, ne? Ja. Ich mach mal Aufzug zum Sieg. Nicht, dass ich ohne die Musik, äh, nicht ohne die Queen fahr, meine ich. Oh nein, ich hab schwarzes Bild die ganze Zeit, Rübchen. Was? Ah, nee, doch nicht, sorry. Sie müssen da aufhören. Alter, willst du mich jetzt verarschen, oder was? Oder hast du dich jetzt echt erschrocken? Ich hab mich echt erschrocken, weil, gerade in dem Moment, wo ich auf meine Aufnahme gucke, ist dieses schwarze Bild von der Fahrstuhlfahrt. Ui, hi. Hey, oh, oh, falsche Taste, oh man. Ähm, ja. Hier, hallo, darfst du haben. Und wo krieg ich denn hier so auf den Sack? Oh shit, ich bin tot. Ich wollte gerade noch raus. Kannst du dich an dem Ärzte-Köfferchen heilen? Ach so, ja, stimmt. Äh, wo schieße ich denn gerade hin? Ich hab grad noch den Granaten, ähm, Umriss gesehen und dann war es schon vorbei. Heute ist aber Sterberunde hier für mich. Ach, da hin, das ist ein Lilla-Mann. Ja. Ich glaub, es ist eine Lilla-Frau. Probier mal das hier. Oh fuck, ich bin schon wieder tot, ich bin schon wieder eine Granate in die Fresse gekriegt. Alter, was ist denn los heute? Danke, Rübchen. Oh, kommt schon wieder einer, kommt schon wieder einer. Was hat der aber auch für Granaten? Da bist du ja sofort weg vom Fenster. Also, kann ich dich nicht werfen? Was soll das denn? Komm, geh. Mann, ey, diese Deckung, ne? Ich hasse sie, ey. Ja, sie ist sehr getroffen. Tödlich verwundet. Oh, da sind noch welche. Komm, jetzt geht's. Boah. Wo ist der Typ? Der hat echt schiese Granaten. Diese kleine Schweinebacke. Wo ist er denn jetzt? Da hinten ist noch einer. Ne, der kommt nicht mehr hoch, okay. Dann ist der wohl weg. Was ist denn das hier? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist, glaube ich, eher unter uns irgendwie. Ich hole mir jeden Einzelnen von euch. War schon wieder so eine lila Tante. Boah, verreißen ohne Ende. Da war eine lila Tante. Sargent Ramos retten. Ramos retten. Okay. Oh, vielen Dank. Ich dachte, ich muss sterben. Die haben mir übel mitgespielt. Barrett und ihre Leute sind drin. Oh, scheiße. Oh. Was für, was für, oh, krass, ey. Hm, wieso kann ich den denn nicht anquatschen? Oh, scheiße. Ich glaube, der muss sein, ach so, der muss erst mal sein Ding verdienen. Hier, Amos. Ich bin bei der Division. Ich bin verletzt, aber ich kann kämpfen. Negativ, wir machen das. Okay, Mann. Suchen Sie sich einen wichtigen Ort und bleiben Sie da. Das ist ein Befehl, Tassen. Ja, Sir. Alright, das ist... Ah, jetzt ist es. Okay, von wo denn? Von unten. Okay. Oh, hier ist so ein fetter. Ich glaube, das ist ein gelber. Hm, ich sehe ihn. Ja, das ist ein gelber. Alles klar. Oh nein, das ist wieder so ein Harry, ey. Ähm, wir müssen... Ah, nein! Oh Gott, Rübchen. Ich geh nach hinten. Bitte, was macht sie denn hier? Ach, du gehst jetzt auch woanders hin. Okay. Fuck. So. Ich bringe euch alle um. Ich werde euch nicht an den Schlagen. Oh, diese Deckungsscheiße. Ich ticke hier gleich. Ich erledige ich. Ja, aber... Einer kann aus ihrem Team ist getroffen. Ja, ich glaube, der hat nicht mehr viel. Ja. Kannst du mal zu mir krabbeln? Hm, bin auf dem Weg. Okay. Fuck, fuck, fuck. Nimi, nimi, nimi. Oh, geil. Ich hab das mit Ramos gehört, Captain. Schön, dass es geklappt hat. Huh, super. Aber der hat gar nichts gedroppt, obwohl der ein gelber war. Agent, Sie müssten uns noch den Wartungszugang öffnen. Die Gebäudepläne weisen eine Sicherheitszentrale unten im Keller aus. Da hinten ist was. Oh. Ich hör auch noch was. Guck mal hier. Können wir in die Tür rein? Ja. Hier ist nochmal ein Aufzug. Warte mal auf den Ramos. Oh. Komm. Ups. Der ist auch bestimmt, der wird dann gleich auch unten da sein. Der hat sich oben auf den Fahrstuhl gestellt. Aber ich weiß gar nicht, ob der mitgekommen wäre. Ich dachte nur, hier können wir nochmal auffüllen. Aber in diesen kleinen Kisten sind halt nie neue Medikits drin. Oh, da hinten sehe ich welche. Oh, hier ist so ein Haufen JTF-Officer. Wie eklig ist das denn? Da hinten ist noch einer. Ich glaube, die steht gar nicht mal so gut hier, meine Turret. Warnung, weitere Feinde unterwegs. Okay, von wo? Da hinten? Wir sind hier. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Okay. Oh oh, oh oh. So, war es das? Jetzt mal eben scannen. Ja, ich glaube wir müssen jetzt einfach... Keine Bedrohung ist noch da. Wo ist sie denn? Vielleicht hinten bei dem Ausrufezeichen? Können wir hier den... Hier liegt auch noch ein bisschen was rum. Da hinten das Ausrufezeichen ist draußen, ne? Oder? Ne, hier. Ich mach das mal eben. Tastatur benutzen. Ach so. Oh, schöner, großer Monitor. So weit, so gut. Meine Angriffsgruppe sind unterwegs. Sie werden dir alle auf ihr Signal stürmen. Das stimmt halt nicht mit eurem System, Jungs. Keine Neustartzone. Okay. Also wie, ähm... Wie heißt das denn bei Destiny Dark Zone oder so? Oh, da ist eine Tür aufgegangen. Ah jo, da können wir hoch. Ja, wir wollten eigentlich zum Safe House, ne? Ja, ja, das ist geil. Mega. Wieso kann ich denn hier nochmal auffüllen? Hä? Wo geht's denn jetzt denn? Aber jetzt geht's, glaube ich, hier... Glaube ich falsch? Ne, da hoch ist... Oder? Ich hab keine Ahnung. Ich seh irgendwie keine Markierung mehr. Da hinten leuchtet was. Ah, hier. Oben, ne? Richtig? Äh, ja, ich bin in so'n... in so'n Dingens drin jetzt. Ah, okay. Oh, fuck, hier sind zwei gelbe. Ich bin gleich schon tot. Fuck! Da oben sind auch noch welche. WTF, 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 WTF. Oh! Fuck, fuck, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Hier. Holy shit, danke. Oh, der eine kommt auch wieder. Oh, der eine kommt auch wieder. Oh, der eine kommt auch wieder. okay der ist schon mal hinüber ich bin gleich auch hinüber und ich habe kein medikit mehr wo bist du denn hier oben rechts ich kann mein körperchen noch nicht stellen ich gehe nun mal hier genau ich sehe 8 da hinten da oben wo ist denn hier noch jemand wo noch ein gelber auf jeden fall und ray barrett nein ich sehe nur oben dass wir den ausschalten sollen 52 meter da unten die oh gott mit was schießt sie denn jetzt was muss man glaube ich aufpassen okay der ist schon mal weg kann sie mal zu mir kommen scheiße ja wenn die wat wirft dann hast du ein problem ich bin fast tot und ich habe kein dingens mehr scheiße ich bin tot ah fuck da kommen wir mal her danke super ich bin schon wieder tot was hat mich jetzt getroffen was zur hölle war das zurück boah ein so ein ding hat mich direkt ausgenockt ich war voll mit leben danke obwohl wahrscheinlich war ich nicht voll oh fuck kommt schon wieder was ey leck mich doch am arsch was ist was ich habe halt kein medikit mehr das ist der scheiß ich bin sofort tot dann ich bin schon wieder tot ich komme ich komme ich komme nicht aus dieser scheiß deckung raus man ich bin aber gleich richtig tot ne ich muss dich mal eben muss man eben gucken wo du bist ja weg weiß ich ob wir mich jetzt noch komm bitte 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 ich hole dich zurück ich hole dich zurück ich hole dich zurück danke boah wat ein drama vielen dank oh shit boah ist die ätzend die olle ey wenn die mal einmal ne granate wirft dann musst du aber ganz schnell weg sonst bist du sofort holy schisse ich bin schon wieder tot so alles klar boah warum ist bei mir alles schwarz ja sie haben ihnen das rückgrat gebrochen ohne anführer wird der rest zerfallen ich glaube wir sind noch nicht mit denen fertig aber wenigstens können wir diese jtf leute wieder darauf ansetzen oh ja meine leute müssen leben und da draußen für die gute sache kämpfen wir können uns keine weitere verluste lassen hunderttausend mal gestorben unfassbar da unten sind noch welche ich gehe mal gerade eben runter weil die gute hat was blaues fallen lassen was ein stress ey nicht verstecken hier drauf springen bitte achso hier hinten geht es noch hoch okay da hinten geht es hoch oh lieber mal anscheinend hat jemand eine Motivationsrede von dieser Barrett aufgenommen Motivation ziemlich krasses Material eine Motivationsrede eine Papavationsrede oh schönes Mischpult hier cool hier geht es weiter Türe öffnen guck mal wir haben jetzt schon wieder 23 Minuten voll wollen wir hier nochmal einen Cup machen ja das können wir machen genau ja super okay dann verabschiede ich mich für heute von euch und wir sehen uns dann in den nächsten Tagen wieder meine Lieben haltet ihr Augen offen bis dann aloha 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 Vielen Dank.